So, so, jetzt bitte alle auf die Plätze und wacht auf, wir haben Unterricht. Heute kommt eine neue Mitschülerin in unsere Klasse, Liorum. Bitte stell dich einmal vor. Guten Tag, wie geht's? Ich bin Liorum. Ich bin von der Wookiee Young High School. Freut mich, euch kennenzulernen. Der Unterricht fängt jetzt an. Du kannst dich neben Kim Wook setzen. Huh? Kim Wook? Kim Wook! Wach auf, du frecher Bengel! Was? Ich bin in derselben Klasse wie der Idiot? Lass deinen Rucksack dort und komm nachher ins Lehrerzimmer vor der nächsten Stunde. Mach ich. Warum ausgerechnet in meiner Klasse, verdammt? Reicht es denn nicht, sie zu Hause zu ertragen? Mir reicht's. Oh, oh, Entschuldigung. Eine neue? Du hast gleich Musik, oder? Du solltest dich beeilen. Alles klar, auf Wiedersehen. Oh Mist, es ist ja schon fast. Ich muss mich beeilen und mein Buch holen. Er schon wieder. Hey! Was ist dein Problem? Wie? Du versperrst doch den Weg. Hey, so Musik geht's da lang. Hey, du hast gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen. Also kümmere dich um dein Kram. Hey, es ist doch nicht meine Schuld, dass... Die Schuhglocke... Oh Mist! Das ist alles deine Schuld. Was? Das ist verdammt nochmal deine! Was soll der ganze Lärm? Das tut uns sehr leid. Vergesst nicht, den Bee Kicks zu abonnieren. Ich bin mir meine Schuld. Wenn das... g절st. Geht ab und geez. Ich bin mir leid. Das kann ich dir Agnes